Hallo Leute, heute setze ich den ganzen Tag auf dem Radlader und lade hier meinem Onkel Armin die Karre voll. Wir fahren nämlich Rindenmulch und damit verbessern wir die Bodenstruktur und vor allem den Wasserhaushalt, denn es ist wichtig, dass der Boden sehr viel Wasser speichern kann. Und da unten ist das auch direkt auf dem Radlader und der Boden.